Das sind zwei, Nummer drei ist da vorn, vier, und vier hätten wir, und ein Käfig, aber es sind mir noch ein paar zu wenige, hier muss noch irgendwo einer rumeiern. Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Häuslein noch einer steht, und das sieht aus, als ob da einer sein könnte, nein, seitlich vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass hier links noch irgendwo einer sein könnte. Ne, die sind nur zu viert, gut, das ist noch ein relativ kleines, ich hoffe mal, der Bär wird nicht so schnell down gehen, also ich muss versuchen, an diesen Punkt hier ranzukommen, das heißt, ich könnte hier im Kreis rumschleichen, und dann, genau, könnte ich zu diesem Punkt kommen. Oh shit, ich habe verzogen. Ah, nice. Ist der Bär jetzt draußen? Ich glaube nicht. Oh shit, jetzt haben sie mich. Nein, kein Alarm, Mann. Okay, der ist down. Okay. Sie dürfen nur nicht an den Alarm kommen. Oh shit. Oh nein, nein, nein. Okay. Ach, Mist, jetzt habe ich... Jetzt habe ich es nicht schnell genug gemacht, na, klasse. Okay, und die Verstärkung kommt gleich. Na, wie lange wird es denn noch dauern? Ich hätte eigentlich gleich den Alarm die ganze Zeit im Auge behalten sollen. Ach, Müll, na gut. Süden, das heißt von rechts. Moment mal, wenn ich das hätte schnell gemacht, hätte ich noch irgendwo Minen oder sowas hinlegen können. Okay, einer weniger. Okay, wieder einer weniger. Jetzt haben sie mich aber lokalisiert hier. Oh, nee. Jetzt brauche ich aber wirklich mal ein neuer... Ah, komm schon. Irgendwas auf diesem... ...Vehikel. Wo ist es denn? Ach shit, daneben. Zu weit links. Okay, jetzt habe ich ein Aber. Okay, jetzt kommt die anderen noch von Noten. Wie lange haben wir noch? 23 Schuss haben wir. So, warte mal, wenn sie von Noten kommen, dann... ...wüsste ich mir vielleicht eine andere Position zum Snipen aussuchen. Die werden höchstwahrscheinlich... Ah, nee, Moment mal. Was sind denn die? Oder ist das jetzt meine Verstärkung? Ah, nee, da ist noch was. Nee, das war bloß dieses Schild. Wir haben gesagt... ...Norden. Ah, nee, Moment. Hier vorne stand noch einer. Vertaste... ...den. Okay, und da vorne stand noch... Oh. Aber wieso sehen die mich denn? Wieder einer weniger. So, wo ist jetzt der nächste? Da ist einer. Und hier links. Ach, ignorieren. Ach, Mann, jetzt. Komm. So. Das Vehikel dürfte auch bald kaputt sein. Von irgendwo da hinten snipet noch einer. Ich sehe ihn nicht. Wo ist die Sau? Mein Gott. Wo ist denn das? Ach, egal. Irgendwo von rechts kam noch was. Nein. Nichts, 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 nichts. Nichts. Ist denn... Direkt geradeaus von mir. Ja, genau da. Aber wo hat er sich versteckt jetzt? Ach, egal. Es wird wahrscheinlich nur eine einzige Person sein. Können wir uns mal ruhig ein bisschen schneller rangehen. So. Wo ist der letzte? Na, komm schon. Wo bist du? Ah, rechts war einer. Zwei sogar. Och, das war jetzt eine Verschwendung. Ich hätte einen anderen nehmen können. Hier der einer. Okay, das darf es aber... Ach, endlich alles gewesen sein. Wo ist denn der letzte? Ich habe von irgendwelchen Snipern ganz weit hinten angegriffen. Wo sind die? Okay, die müssen sich doch da... Ist der immer noch nicht... Jetzt. Okay. Zum Glück kann ich diese Goliath-Dinger relativ fix kaputt machen. Leider hat es nur mal 500 gegeben dafür. Ja. Ach, naja. Irgendwie komme ich ja noch aufs Maximallevel. Das wird schon. Hundesoldat. Was ist das denn? Neue Schießherausforderung. Ist klar. Wieder eine andere Herausforderung. Wo ist jetzt dieser Heavy hingefallen? Da liegt er. Hat er eigentlich eine ganz besondere Waffe bei sich? Ne, oder? Ah, ne. Kennen wir auch schon. Alles bekannt. Brauchen wir uns auch keine möglichen Gedanken zu machen. Also dann. Was haben wir denn hier für eines drin? Ach, noch nicht mal irgendein Laptop oder so, bei dem man den Speicherstick da rausnehmen kann. Ah, doch. Hier. Aber jetzt habe ich doch viele Munition vertan. Ja, wunderbar. Schnellverkauf. Ja. So. Irgendwelche neuen Waffen. Nein. 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 Auch nicht. Spezielles. Auch nicht. Konsumartikel können wir uns wieder eins holen. So. Medizin hatten wir auch alle. Karten werden später freigeschalten. Einzigartige Waffen haben wir auch alle. Nackertwaffen. Okay. Gut. Ja, gut. Clay wird theoretisch angezeigt. Briefteil ist immer noch voll. Ist klar. Die Nachricht wird ab dem gewissen Punkt sehr nerven. Schnellverkauf. So. Ich durfte doch aber schon. Moment mal. Das war doch das zweite Camp hier vom Süden, ne? Ja. Das war's. Okay. Gut. Machen wir jetzt erstmal noch die Gesucht-Tot-Quest. Dann 300 Titeln Piraten. Bla, bla, bla. Bunker. 400. Na gut. Und andere Richtung. Und das Radio brauchen wir nicht. Ob diese Kevler-Panzerung auch gegen Tiere hilft? Ich weiß gar nicht. In gewisser Weise ist es ja schon leicht, zäher zu zerreißen oder so. Weil das ist ja ein Gewebe. Das müsste ich eigentlich mal ein bisschen mehr drüber lesen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was das genau ist. Okay. So. Hier vorn. Ein paar Meter weiter rein. Okay. Hier ist schon mal der erste Diamant. Ach, die sind im Bunker, oder? Oh Gott. Das wird schwierig. Also, dann sehen wir hier hinten irgendwo Gegner. Oh, doch. Da war einer. Sehen wir hier irgendwas? Irgendwas, was da patrouillieren könnte? Nein. Gut. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Deckung. Ich glaube, wenn ich von hier laufe, ist es ungünstig. Na gut. Ah, hier ist noch ein Brief. Können wir auch gleich nochmal mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. Nehmen wir gleich mal mit hier. Wunderbar. Und speichern können wir auch nochmal zwischendurch. Ach Mist, das ist ja Mission. Das lässt sich nicht speichern. Super. Also dann. Hier ist einer. Da hinten sind zwei. Das ist wahrscheinlich der Chef, oder? Ne. Kein Chef dabei. Sniper. Wo ist jetzt der? Oh je. Wo ist jetzt der Chef hin? Wie werden wir das mal machen hier? So, nehmen wir den. Nehmen wir den. Was? Hä? Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Ähm. Ich habe ja eigentlich mit dem Sniper das gemacht. Das dürfte ja nicht zählen. Aber na gut, okay. Wo haben wir denn noch eine schöne neue Mission? Hier. Das Relikt können wir noch mitnehmen. Da hinten 81. Ah, und ich könnte mal speichern, dadurch, dass es ja zu Ende ist. So. Komm schon. Jetzt. Wow. Äh. Ist das meine Verstärkung? Ja, das ist meine Verstärkung. Geil. Schön, dass die immer wissen, wo ich bin. Ich glaube, die haben ja irgendein GPS dann oder unter der Haut montiert. Gut. Ähm. Wo ist denn jetzt dieses Relikt? Das ist hier oben. Oh. Na gut, dann werden wir mal von oben an die Sache rangehen. Oh shit, shit, shit. Ach nee, den machen wir jetzt so hier mit einem anständigen Takedown. Machen wir den fertig. So muss das sein. Okay, also was ist jetzt so in diesem Bunker? Ah, sehr interessant. Ah nee, falsche Waffe. Nehmen wir die. Oh. Cool. Ach, von hier hätte man auch reingehen können. Na gut. Und die Höhle? Was hätten wir da gefunden? Das ist jetzt die Frage. Noch ein weiteres Relikt wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gut. Das hätte sonst angezeigt werden können. So. Wir gehen süden. Und meine Brieftasche ist voll, na klasse. Ich will doch nur nach hier. Da. 250 Meter bis zur nächsten Insel. Na und dann laufe ich, wie man eventuell schon mitbekommen hat, so einen kleinen Bogen nach links im Uhrzeigersinn. Das Boot hätten wir vielleicht auch mitnehmen können. Ja, mir nimmt das Boot. Das geht schneller. Oh, klettern mit Leertaste. Das ist immer so eine Sache hier. Da komm ich halt. Jetzt. Ist hier gerade jemand lang geschwommen? Ne. Und ein Jetski. Na wunderbar. So, wie kommt man jetzt hier hoch? Kann ich hier hochklettern? Ne, das ist zu steil. Vielleicht von der Nordseite. Das ist auch zu steil. Wenn ich jetzt weiter hier rumlaufe, habe ich irgendwann die Insel auch komplett erkundet hier. Hier komm ich nicht. Rook Leuchtturm. Okay. Irgendwas ganz besonderes wahrscheinlich. Hier ist auch ein Boot. Das könnte sein, dass hier Gegner auf diesem kleinen Fleckchen Land sind. Komm ich denn hier hoch? Ah, okay. Ich kann mal probieren. Von hier hoch zu klettern. Gut. Das klappt schon mal. Nicht so wie gedacht. Okay, gut. Das ist schon mal. Ah, wunderbar. Es gibt wahrscheinlich eine andere Art und Weise hier hoch zu klettern. Aber, uh. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich jetzt hochgehe. Wo ist das Relikt? Schön. In dem Schrein ist separat irgendwo. Und den Raya. So muss es sein. Das nächste Relikt ist irgendwo westlich von hier. Da ist es. Nehmen wir gleich mal. Ja. Gleich schön markiert. 220. Kann man das irgendwie... Na komm schon. Geh ins Wasser, du Boot. Yeah. Sauber. Hoppala. Was sind... Was sind das? Äh... Shit. Das sieht mir aus wie Feinde, hä? Ne, gut. Sind Blauhemden. Entweder sind Blauhemden oder sind Rothemden. Es gibt nichts dazwischen. Hoffentlich kann ich hier drüber jumpen hier. Das wäre cool. Oh, geil. Ich habe Sinn gekriegt. Die Sandbank. Ah, schön. Wrackteile markieren auch noch irgendwas Besonderes. So, wie komme ich jetzt am schnellsten da runter und da rein und... Och, Dreck. Okay, wieder nach oben. Ich brauche den Eingang irgendwo. Da ist da... Ach, da ist immer noch kein Eingang. Hier ist immer noch kein Eingang. So, vielleicht da... Oha. Oh, Haie. Oh mein Gott. Scheiß Viecher. Oh, Mann. Jetzt muss ich auch noch separat auf Haiyacht gehen. Was ist denn hier los? Oh, jetzt schon wieder. Ich hasse diese Dinger. Ah, hier ist der Eingang. Das muss einem doch mal... Das muss einem doch mal gesagt werden hier. Wo ist dieses Mistding? Oh, natürlich. Ich kann nicht anvisieren. Okay. Ein Hai weniger auf dieser Welt. Okay. Wo ist jetzt dieses... Da. Okay. Komme ich eigentlich auch raus? Na, klasse. Hier ist der Eingang, ne? Und ich finde den nur, weil ich hier von oben reingegangen bin. Ah, tolle Logik. Komme ich jetzt mal... Oh, Haie sind sowas gemein, ist du. Oh, da ist noch einer. Uh, knapper Spaß. Mich hättest noch zerfleischt hier. Okay. Machen wir mal die Gewässer etwas sicherer. Ja. Jep. Einer weniger. Es kommt mir immer so vor, wie Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ich auf Haijacht gehe. Nehmen wir das noch mit. Dummdi 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 dumm. Da hinten. 210. Wo ist es denn markiert? Da unten. Oh, noch mehr Haie. Ich drehe am Rad hier. Kannst du nicht mal ein bisschen weiter am Strand sein? Okay. Na gut. Soviel zu dem Thema. Sind hier irgendwo wieder Haie. Ich glaube, diesmal sind sie weg. Ach du Scheiße. Ein Loch. Oh mein Gott, ne. Alter, geht das tief runter. Fuck. Okay, jetzt muss ich aber nach oben. Ich glaube, ich werde sowas von drauf gehen gleich. Ich komme. Schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller. Ich glaube. Okay. Hier hätte ich vielleicht Abnoetaro oder sowas holen sollen. Ach du meine Frisse. Das war knapp, du. Gut. Wir haben jetzt das tiefste. Vor allem ein übelstes Loch hier. Das ist Wahnsinn. Das tiefste Relikt überhaupt gebogen. Wo könnten wir mal als nächstes hingehen. Hier kann man leider nicht schnell eine Reise hin machen. Aber hier. Ich könnte eigentlich gleich mal noch diese Quest hier machen. Wenn ich schon mal dabei bin. Müsst man eventuell noch markieren hier. So. Einen guten Hundes. Oh, jetzt habe ich Kuh aus Versehen gedrückt. Egal. Ach, nicht schon wieder Haie. Jedes Mal dieselbe Kacke. Ich muss sofort an Land hier. Nicht, dass nochmal so ein Ding ankommt. Ich höre es schon. Ach nee, doch nicht. Aber da war wieder einer. Nee. Oder doch? Na gut, es war bloß eine Reflexion. Doch, hier ist er. Ach man. Da hat aber gerade wieder Medizin eingeworfen. Wird wieder von so einem dämlichen Hai angegriffen. Das sind Schrecksekunden. Die kommen vor allen Dingen immer. Die schwimmen immer von hinten an einen ran. Und dann zack. Beißen die einen von vorne in den Arm. Gemeine Biester. Wirklich. So. Und nein. Wir machen kein Schießtraining. Und was hat es eigentlich mit dieser Hundesoldat-Quest auf sich? Na irgendwie schon. Ich glaube schon. Dann ist das doch eine rhetorische Frage. Wohl wahr. Kannst du uns helfen? Die Hunde in diesem Teil der Insel sind wild. Und dann in Rudeln. Einer verhält sich besonders seltsam. Weißt du? Vor ein paar Jahren hat mein Hund die Tollwut bekommen. Er bis nach allem und jedem brach sich die Zähne ab. Scheuer der Welt verhält sich total zerraten. Und dann. Okay. Na gut. Machen wir die Hunde mal wieder kaputt. Mit ein bisschen Glück ist es sogar nur ein einziger. Oh. Yield.